Und jetzt haben wir hier die Nachschau. Gab es irgendeinen Sieg, auch wenn das vielleicht ein bisschen blöd klingt, den du vorher nicht unbedingt erwartet hättest? Kopernikus. Darf man das nicht sagen? Okay, Entschuldigung. Kannst du auch ausschneiden. Das habe ich nur für einen Menschen wirklich da hinter der Kamera hingesetzt. Das kommt aber in die Outtakes. Sein Gedanke bei Tilia im ersten Bogen wüsste ich ja. Du wolltest es auch sagen. Danke, Björn. Danke, Björn. Wie sieht man dann auf diese Rennen zurück? Sind die dann, ähm, boah, ich weiß nicht, wie ich das formuliert soll. Das war richtig gut. Wollte ich gerade sagen. Ich wusste aber nicht, wie ich den Satz beenden soll in Deutsch. Ähm, okay, ich mach nochmal. Jetzt wirst du ja rausschneiden. Das war's für heute.